Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Star Wars. Wir sind in Kapitel 5 von Episode 6 und sind bald fertig mit dem Spiel, zum Glück. Ich freue mich. Echt jetzt. Ist es Luke? Okay. Ich freue mich. Okay, kann ich jetzt das Radar spielen? Ja, ich kann nicht spielen. Cool, ich kann Radar spielen. Erstmal alles kaputt machen. Nein, ey komm. Erstmal alles kaputt machen. Okay. Wir greifen ihn einfach an. Power up, nice. Okay. Hey. Uah. Und ja. Okay. Och nie. Zack. Zack. Ey, geh weg. Können wir das nicht besiegen? Können wir das nicht besiegen? Hä? Was ist denn mit ihm? Kann ich den nicht besiegen? Okay. Okay, doch kann ich. Hallo, Ewigkeiten gedauert. Okay. Jetzt? Hier oben ist nichts. Okay. Ich sehe nicht, wie viel Leben das Teil hat. Okay, es ist besiegt. Sehr gut. Okay, hier muss ich jetzt irgendwas bauen. Hä? Mit ihm vielleicht? Auch nicht. Okay. Äh, Moment. Ich bin verwirrt. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir einfach weiter. Und ignorieren einfach alles. Er ist hierhin gejumpt, oder? Da oben ist er. Okay. Okay. So, hier komme ich da oben hoch. Kann ich keinen rückwärts? Doch, kann ich. Aber da komme ich nicht hoch. Okay. Äh. Ah. Irgendwas aufbauen. Von hier aus kann ich jetzt hier reinjumpen, oder wie? Warte, muss ich jetzt hier irgendwann noch irgendwie was kaputt machen? Ja, muss ich, glaube ich. Ja, irgendwas. Aber kann ich nicht hier. Okay. Hä? Püpe wird. Wieso geht das denn jetzt hier alles weg? Manches bleibt offen, manches nicht. Also manches bleibt da, manches nicht. Hä? Äh. Okay. Das war dumm. Versuche ich nochmal gleich. So. Und hier aus einfach einmal rumlaufen. nochmal. Nochmal? Dann vielleicht damit anfangen? Irgendwie. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Kann ich das kaputt machen? Ja, kann nicht. Ach, vielleicht ist es deswegen nicht da geblieben, sage ich mal. Einfach alles kaputt machen hier. Ey, komm schon. Kann ich nicht? Wieso kann ich es nicht kaputt machen? Wieso geht das nicht? Okay. Ich kann es nicht kaputt machen. Okay, das erwirbt mich hier. Okay, alles klar. Egal. Wir versuchen irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht was. Ich muss halt irgendwie da oben hoch. Aber ich habe keine Ahnung wie. Das ist halt das Problem. Okay, das kann ich öffnen. Was kann ich jetzt hier drin machen? Nichts. Wow. Ich bin begeistert. Hier brauche ich den. Habe ich aber auch nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Hä? Leute, ich bin ein bisschen verwirrt. Kann ich das nicht? Nein, kann ich nicht kaputt machen. Okay. Das kann ich kaputt machen. Ich bin übel verwirrt. Hä? Übel verwirrt. Ich weiß noch nicht, was es hiermit auf sich hat. Oder muss ich das da oben erstmal noch? Ja. Okay. Jetzt macht das Sinn. Glaube ich. Jetzt kommen wir hoch. Okay, gut. Ja, jetzt. Alles klar. Okay, okay. Okay. Bin ich gerade... Ach, als ob das da wieder runter geht. Jetzt habe ich nicht erwartet. Ach so, ich kann auch nicht. Okay. Nein. Mein Tausender. Okay. Diese vier Platten sind schützt. Okay. Okay. Einmal hier rüber. Jetzt einmal alles anmachen. Für Geld. Bam. Ba... Ey. Oh. Bam. Bam. Okay. Wechsel. Danke. Zack. Zack. Kann ich das nochmal anmachen? Nee. What the fuck? Von da hinten? Dein Ernst? Bam. Jetzt geht er wieder runter. Okay, wo geht er jetzt hin? Weg. Wow. Einmal runterfallen, bitte. Danke. Oh. Bam. 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 Meine Güte. Nervige Dinger. Kann ich das kaputt machen? Nee. Ach, da lang. Okay. Okay. Alter, kann der jumpen. Wow. Jetzt ist krass. Der kann gut jumpen. Muss ich ja sagen. Der kann hoch jumpen. Wo kommt ihr denn her? Zack. 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 Aua. Aua. Okay. Den haben wir. Waiter. Ach Mensch, ey. Anstrengendes Level. Aber jedenfalls nicht ein Level, wo wirklich die ganze Zeit nur Gegner kommen. Oh, warte. Das ist ein Tausender. Okay, den kriege ich nicht mehr. Danke. Dein Ernst. Ist Luke jetzt echt weg? Nee, da ist er okay. Bam. Und ist das dein Ernst? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Schade. Luke. Luke. Ich wollte Luke eigentlich wechseln, aber okay. So. Nur noch einmal müssen wir ihm Schaden zufügen. Dann haben wir ihn. Wenn das nicht, tröten. Ich wollte watering. Ich wollte dich nicht mehr. Ohhhhhhhhhh Echt jetzt? Musst du sowas noch einbauen? Really? Leute, wie es aussieht, ist das hier wirklich schon der letzte Part. Denn wir sind erst bei 11 Minuten. Alles klar. Storyport setzen. Letztes Level, Leute. Letztes Level. Kapitel 6. Und wir müssen den Todesstern wahrscheinlich nochmal machen, ne? Also nochmal zerstören. Glaube ich. Oder? Was müssen wir machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder auch nicht. Irgendwas müssen wir nochmal kaputt machen. Ich weiß nicht mehr was. Die ganzen Kanonen da unten oder so? Ja, wie es aussieht schon. Wo sind wir? Da sind wir. Okay. Okay, die Kanonen sind kaputt. Von dem Schiff. Dann machen wir nochmal die von dem hier. Das ist ein Minikit. Läu. Okay, dann machen wir jetzt das Schiff. Einmal die ganze Zeit schießen. Okay, haben wir. Haben wir auch. Schöne Sache. Ah. Wir brauchen die lila Kugeln wahrscheinlich dafür, ne? Ja, alles klar. Okay. Müssen wir gucken, welcher von den Gegnern lila eine Kugel hat. Okay. Minikit holen, genau. Ups. Sterben ist auch immer ne schöne Sache. Müssen wir jetzt echt warten, bis einer von den Gegnern hier auftaucht, der eine lila Kugel hinten hat? Da ist eine. Ja, wir haben sie. Nice. Da ist noch eine. Nice. Und das Schiff haben wir. Da habe ich gerade einen mit einer lilanen Kugel gesehen. Hier hinten irgendwo. Jetzt ist er weg. Toll. Irgendwo. Einer mit einer lilanen Kugel. Laserkugel, danke. Ja. Da ist noch einer. Noch ne Kugel, ja. Da ist noch eine. Oder? Ja, doch der hat noch eine. Und noch eine. Komm. Okay, und... Okay, das Schiff haben wir auch. Da sind noch zwei. Der erste. Der zweite. Wo hatten wir denn noch eine? Hier hatten wir noch irgendwo einen, ne? Genau, hier haben wir noch einen. Da haben wir das Schiff auch. Und hier haben wir noch zwei, die wir zerstören müssen. Also die Kugel und die Kugel, bitte. Nice. Komm. Super. Mehr haben wir ja doch gar nicht, oder? Ne. Okay, alles klar. Die haben wir. Die haben wir. Schöne Sache. Sehr gut. Wuhu. Und jetzt sind wir wieder beim Todesstern. Einfach alles kaputt machen, was uns hier im Weg steht. Einfach alles. Okay. Außer das hier. Das hier brauchen wir noch. Okay. Und kommt das jetzt auch noch. Sehr gut. Jetzt hier. Oh, komm schon. Da kann ich noch nicht durchfliegen. Ist das dein Ernst? Achso. Ah, ich brauche wieder lieber eine Kugel. Laserkugeln. Einfach, ich halte jetzt gedrückt. Ich halte jetzt gedrückt. Können wir nicht vier von den Kugeln mitnehmen? Wir sind mich gezwungen, dann nochmal zurückzufliegen. Äh, nochmal zurückzufliegen. Komm schon, dein Ernst. Ah, okay. Meine Kugeln. Okay. Hab sie. Hab sie. Alles gut. Ich hab sie. So. Dann fliegen wir jetzt erstmal noch zurück. Noch einmal. Holen noch die letzte lila Kugel. Boah, ist das ätzend, ey. Oder schieß ich so, wenn ich die ganze Sperme schnell annähe? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Und die letzte. Ich sag dir die letzte. Ich sag dir die letzte. Sehr gut. Okay. Hier lang fliegen, wie es aussieht? Oder wo müssen wir lang fliegen? Doch da lang. Hä? Ja. Wow. Hä? Wieso hat das grad nicht funktioniert? Moment. Ich glaube wir müssen all diese roten Dings hier besiegen. Alle diese roten Schalterchen oder was die sind kaputt machen. Und nochmal eine neue lila Kugel holen. Wir haben nur noch drei. Äh, zwei gehabt und nicht mehr drei. Wir bekommen bestimmt gleich ein Minikit da durch. Wenn wir hier alle roten Dings besiegen, kaputt machen. Hä? Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Bin ich nicht Korall? Daran bin ich gestorben glaube ich. Okay. Schnell durch hier. Hey. Danke. Den haben wir. Okay. Auch geschrottet. Das kaputt machen. Ach komm. Das kaputt gemacht. Okay. Minikit bekommen. Von wo auch immer. Okay. Wenn wir hier müssen, muss ich jetzt nochmal zurückfliegen für die lila Kugeln. Echt jetzt? Das fände ich nicht so geil. Wieso ist das hier nicht offen? Wieso ist das hier nicht offen? Wieso ist das nicht offen? Aber wir müssen nochmal zurückfliegen. Oh. Ist das dein Ernst? Und wie ich in solchen Flugleveln 100 Prozent wahre GD bekommen soll, habe ich... Ich weiß es nicht warum. Äh wie ich das machen soll. Eindeutig nicht. Eindeutig nicht. Kann ich nicht irgendwie... Nee. Ich will nach da unten fliegen. Irgendwie. Außer irgendeinem Grund. Zack. Und noch eine lila Kugel, bitte. Danke. Ich hab Schluck auf. Warum hab ich Schluck auf? Einfach immer zickzack fliegen. Okay, wir sind wieder da. Und hier jetzt bei dem hier. Und da. Okay. Und das war's, wie es so aussieht. Okay. Da war noch ein Minikit, krass. Alter, ich seh nichts mehr. Nicht wirklich zumindest. Ich mach einfach grad alles kaputt. Ich flieg einfach nur lang. Und erkenne nichts. Nichts wirklich. Aber wir haben noch ein Minikit bekommen gerade. Und wie es aussieht, muss man hier noch ganz viel Geld holen, um den wahren Jedi zu bekommen. Weil wie es aussieht, bekommt man hier ganz schön viel. Noch ein Minikit, okay. Okay, wir haben auch drei Minikits nicht bekommen. Wie es aussieht. Also drei Minikits haben wir übersehen. Ja, wie es aussieht schon. Aber yeah. Alles klar. Wir haben es geschafft, Leute. Okay, die letzten beiden Level waren noch nett. Die waren noch recht nett. Wir haben aber nur... Oh gut, 80 Prozent, ne? Steine gesammelt. Minikits. Sieben Stück. Und es fehlen drei. Ha. Story beenden, Leute. Hey, 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 hey. Hi, hey, hey. Party hot Das war's, Leute. Das war das Let's Play zu Lego Star Wars. Der komplette Saga. An sich muss ich ja sagen, hat es mir Spaß gemacht. Die ersten drei Episoden lang. Ab dann wurde's echt nervig. Und echt scheiße. Muss ich sagen. Abgesehen jetzt von den letzten beiden Leveln. Aber an sich war's ein nettes Spiel. Wir können hier noch ein paar Sachen kaufen. Einen haben wir noch nicht freigeschalten. Okay. Yoda Geist. Skywalker Geist. Die kosten natürlich übel viel. Der Imperator kostet auch noch mal übel viel. Ach du Kacke. Wir haben gar nicht so viel Geld. Boba Fett konnten wir auch nicht kaufen. Schade. Die kosten auch ganz schön krass viel. Und R2Q5. Sieht cool aus. Und wer ist das? Ich weiß es nicht, Leute. Extras. Können wir... Ach, wir haben Geld. Doch, wir haben noch einen roten Stein gefunden, ne? Irgendwas hatten wir doch hier, genau. Superknaller. Okay. Weil sonst können wir nichts mehr kaufen, ne? Nee. Okay. Goldene Steine. Ja, gut. Nee. Okay, Leute. Gut, ich hoffe, euch hat das Let's Play trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn die letzten Parts dann eher naja, von der Laune her waren. Und ja. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt noch let's playen werde, als nächstes. Jetzt, wo die Ponia und Star Wars abgeschlossen sind. Hi, die Kacke, ey. Ähm, gut. Wir sehen uns bei DAS nächste Projekt wieder. Haut DAS die Ein ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020